Musik Mann, das ist ja gar nichts auszuhalten. Ich kann da gar nicht richtig spielen. Mama, es ist gar nicht auszuhalten mit Anna, wenn sie so schrecklich Flöte spielt. Okay, ich gehe mal sagen, dass sie leiser spielen soll. Anna, spielst du wirklich so gerne Flöte? Ja, Mama. Nora kann super Flöte spielen. Vielleicht kann sie dir etwas beibringen. Juhu. Hallo, Nora. Ah, könntest du Anna vielleicht Flöte beibringen, weil sie spielt bei uns so schrecklich Flöte. Danke. Tschüss. Ach, das muss Nora sein. Hallo, Nora. Komm doch rein. Ja, gerne. Hallo, Nora. Bringst du mir jetzt Flöte bei? Ja, das mache ich. Aber heute lernen wir noch nicht alles. Anna, ich spiele dir jetzt Schlafkinder in Schlaf vor. Hör ganz gut zu. Ich lehne es dir dann auch noch. So, Anna, als erstes musst du das hier noch zu halten und dann die zwei hier und dann wieder das. Okay, versuch es mal. Super, schon fast richtig. Jetzt musst du es noch ein bisschen besser lernen. Ich zeige es dir noch einmal vor. Nach einer Stunde. So Anna, jetzt zeigen wir das Stück, das wir gelernt haben, einmal deinen Eltern vor. Und natürlich auch noch Alex und Paula. Anna spielt euch jetzt ein Stück von Schlafkindlein Schlaf vor. Bravo Anna, jetzt höre ich schon viel besser. Ja. Am nächsten Nachmittag. So Anna, heute üben wir Bauer Max, er hat einen Huhn. Ich spiele es dir wieder vor. Nach dem Üben. Anna, für heute ist fertig, morgen üben wir dann weiter. Okay. Wenn ihr ein Instrument spielt, gerne Musik habt oder wenn euch dieser Kanal einfach gefällt, dann lasst gerne ein Abo da. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.